Hey, wo fahren wir denn jetzt hin? Ich will doch nicht hin. Du, der krankesten Scheiße der Welt. Also es gibt kein krankes Rideout auf der Welt. Das ist so illegal. Digga, hier liegt einfach ein Fahrzeugteil mitten auf der Straße. Warte, ich tue das mal zur Seite hier. Was macht David denn jetzt da? Ich habe aufgeräumt. Guck mal, da ist ein Helikopter in der Luft, Digga. Da vorne ist Blau-Nicht. Ja, da wollten wir uns treffen. Echt jetzt? Ja, Alter, der Heli, der verfolgt ihn. Wir müssen uns mit den Cops ein bisschen anfreunden. Und dann können die uns vielleicht so eskortieren zum Rideout. Und wenn wir dann da ankommen, dann fallen Schüsse auf uns. Junge, da ist der Heli. Da kommt er. Ich kacke mich gleich ein. Ich bin jetzt der Einzige, der gebumst wird, weil ich kein Kennzeichen habe. Ich würde niemals hier jetzt ohne Kennzeichen fahren. Solange wir nichts Illegales machen, sind wir, glaube ich, in der Safe Zone. Oh mein Gott, das ist GTA-Schütze. Digga, halt doch dein Maul. Oh Gott, ich sehe da vorne noch mehr Blaulicht. Hier ist der Schandort.